Heute zeigen wir euch wieder ein Porträt-Video mit Kugelschreiber gezeichnet. Das ist das Ergebnis, was am Ende draußen steht. Also ohne mit Bleistift vorzuzeichnen, einfach drauf los. Wir skizzieren als erstes unsere Grundform, sprich den Kopf, und positionieren richtig die Augen, den Mund, die Nase. Wie das im Ganzen 1 zu 1 funktioniert, was ihr dabei beachten müsst, könnt ihr auch gerne auf unserer online-kurse.akademiehuhr.de-Seite sehen. Da gibt es ganz detaillierte Tutorials dazu und gehen dann ins Detail. Also wie ihr seht, das finden wir zumindest immer als Dozenten wunderschöne an den Kugelschreibern ist diese Leichtigkeit, mit der man einfach einen Strich setzen kann auf einem bestimmten Papier, also jetzt auf diesem besonders, und diesen leichten Strich, den man dann in unterschiedlichen Nuancen und Stärken ausüben kann. Also hier sozusagen der Schwerpunkt auf den Augenbrauen und Augen, die dann einfach locker immer kräftiger gezeichnet werden, so bis man eine gewisse Sättigung erreicht hat. Das ist, wie gesagt, mit einem Kuli einfach sehr, sehr schön. Das ist ein ganz normaler herkömmlicher Kugelschreiber, wo wir später dann, wie schon am Anfang gesehen und wie ihr aus unseren anderen Videos kennt, mit einem weißen Buntstift die Highlights setzen. Also die Glanzeffekte. So, ihr merkt, da entsteht schon etwas, der Blick, der leicht fragend und nach unten zur Seite guckt. Da werden so ein bisschen die Augen nochmal ausgearbeitet. Die Nase, die können wir jetzt ein bisschen kräftiger skizzieren, da wir jetzt sozusagen die Position richtig dargestellt haben und dann nochmal die Hand, die sich am Gesicht oder am Kinn festhält. Was ist wichtig? Wichtig ist, wie immer, auch bei anderen Zeichnungen, die ihr von uns seht, immer die Grundform zu zeichnen, also die Hand auch wirklich nur als Kontur, als praktischen Dreieck zu skizzieren. Dafür haben wir auch ausreichend Videos. Kennt ihr wahrscheinlich schon auf YouTube. Und das Ganze dann Stück für Stück zu vertiefen. So, jetzt wird die rechte Seite ein bisschen detailliert skizziert, schraffiert. Die Lippen, der Mund, sodass der Schatten natürlich von uns aus gesehen auf der rechten Seite ist. So, man kann so richtig nicht in den Mund reinschauen, deshalb werden die Zähne nur so ein bisschen angedeutet. So, und jetzt, wo alle Konturen, alles eigentlich relativ eindeutig zu sehen ist, können wir uns dann den einzelnen Details widmen. Die Ausarbeitung der Ohren noch einmal, vielleicht hier ein bisschen an den Augen vertiefen. Also, ihr merkt bei der Schraffur, diesmal machen wir es anders. Wir verwenden keine Kreuzschraffur, sondern schraffieren immer nur in eine Richtung. Das ermöglicht uns einfach etwas schneller zu skizzieren. Das heißt, wir spielen einfach nur mit der Intensität. Also einfach leichter, kräftiger aufdrücken, leichter, kräftiger. Und zum Schluss, wie ihr aus unseren anderen Videos kennt, einfach den Glanz in die hellen Noten noch einmal, sprich die Hand oben, die Nase, den Nasenrücken, der wird ein bisschen kräftiger erscheinen. Augen, also die Partien, die eigentlich vom Licht angestrahlt werden. Und dann zum Schluss eventuell noch mal ein paar Kontraste. Ja, das sind noch die letzten Details. Wir nähern uns dem Ende zu. Probiert es selbst aus, mit eigenem Porträt womöglich, mit einem Foto als Vorlage. Das werden wir demnächst auch nochmal zeigen, wirklich als Referenzobjekt, wie wir das 1 zu 1 machen. Und eines Kursteilnehmers. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht in unseren Kursen. Oder bis zum nächsten Kurzvideo. Euer Akademie Roteam. Bis dann. Hier nochmal ganz kurz das Ergebnis. Wie es am Ende denn aussieht. Und der Hinweis nochmal auf unsere Onlinekurse.akademyro.de Seite. Bis dann. Bis bald.